ja hey ihr lieben willkommen zu diesem kleinen video und zwar möchte ich euch mitteilen ich habe in letzter zeit nicht mehr so viel zeit und ja lust für heyday und deswegen denke ich mal dass ich aufhören würde werde für so ein halbes jahr oder jahr und mit erst mal ein paar sachen regeln ich denke mal den account wird mein vater weiterführen ja es ist halt immer das gleiche heyday und ja immer wird das halt langweilig deswegen ja ich hoffe ihr versteht das und ja dann tschau bis zum nächsten mal nee alter spaß ich wollte einmal kurz reinlegen ich hoffe das ist mir ein bisschen gelungen also ihr lieben was ich vorhabe so jetzt wird es interessant ich würde jede woche ein video rausbringen mit tricks und tipps das heißt ein video tricks und tipps felder ernten tag nacht ein tipps und tricks videos über c maschinen am tag in der nacht produzieren ein tipp mit dem boot wie man das am besten befüllt und wann tipps mit der zeitung tipps beim derby mit bestimmten aufgaben ich werde dann immer drei stück holen und werde die zeigen tipps mit den tiere fütter mit den futter maschinen also einmal rund um heyday schnell leveln viel geld wohin kann ich diamanten stecken was soll ich damit machen wie erreiche ich eine level grenze wie mache ich schnell derby an einem tag und was auch immer wie ernte ich am besten bäume wie sorge ich dafür dass meine farm ordentlich ist ja sowas würde ich alles rausbringen wenn ihr bock dazu habt könnt ihr einfach mal mit einem like zeigen das würde mich freuen dann könnte ich halt sehen wollt ihr das gefällt euch das und dann ja würde ich das glaube ich jede woche raushauen es gibt nämlich viele tipps und die man machen kann sagen kann und welche alle in einem video immer so ein bisschen sage dann passt das doch und ja ich denke das gefällt euch ich kann auf jeden fall noch meine scheune upgraden ja ich kann die genau upgraden ach wieder platz das ist wunderschön gut jetzt sind 116 bretter das heißt ich muss erst mal warten ein paar tage wochen das war es mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und morgen um 14 uhr 14 uhr ah ne ich hab noch ein extra video raus ja und ciao